Jetzt habe ich einen Schaden. Leute, guck mal jetzt. Leute, was geht hier ab? Mein Wobbly-Auto ist destroyed. Wie geil ist das denn? Alter, die Motorhaube geht auf. Was ist das? Guck mal, Leute. Die Motorhaube geht auf beim Fahren. Cool. Okay, wir müssen jetzt noch richtig fett umgegenfahren, Leute. Irgendwo. Oh, jetzt sehe ich den Motor. Boah, was für ein Motor. Was geht hier ab? Guckt euch das an. Mein Destroyer-Auto. Wie geil ist das denn, bitte? Guckt euch das an. Geil, ey, das finde ich cool. Das macht das Spiel ein bisschen geiler, ey.